Der isländische Erfolgstrainer, dessen Vertrag 2019 ausläuft, wird wie erwartet nach elf Jahren an der Förde aufhören. Das bestätigte der THW-Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard Ziegenbein der Sportbild. Punkt, 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 Punkt. Den Posten des 58-Jährigen soll der ehemalige Welthandballer und THW-Kapitän Philipp Tschischar übernehmen. Punkt, 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 Punkt. Alfred ist in die Nachfolgeregelung voll mit eingebunden, sagte Ziegenbein. Die Verbundenheit zwischen unserem Club und Alfred Gislason ist so groß, dass es absolut vorstellbar ist, dass uns Alfred in einer anderen Rolle erhalten bleibt. Gislason, diensthältester Trainer der Bundesliga, hat den Club zu sechs Meistertiteln, fünf Pokalsiegen und zwei Triumpfen in der Champions League geführt. Punkt, 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 Punkt. Der tschechische Tischar 35 wird ab Sommer Co-Trainer von Gislason und soll vor seiner Beförderung Erfahrungen sammeln. Der frühere Rückraumspieler beginnt im Mai mit dem A-Lizenzlehrgang. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Der THW war zuletzt 2015 Meister, noch mit Gischa als Spieler. Der in dieser Spielzeit häufig enttäuschend aufgetretene Tabellenfünfte droht, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. So eine Saison wie diese können und wollen wir uns nicht über Jahre leisten, sagte Ziegenbein, wir wissen, wie wir diese Situation lösen können. Unsere Sponsoren unterstützten uns. Punkt, 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 Punkt Untertitelung des ZDF, 2020